Probe! Und Probe bitte! Heute wird's richtig heiß im No Limits. Oli hat Mist gebaut und versemmelt, eine Striptease-Gruppe zu buchen. Jetzt müssen die Jungs selber ran und wie das aussieht, das könnt ihr heute sehen. Und ich kann euch versprechen, pure Erotik. Pure Erotik, Sex und ja, ihr werdet euch wünschen, dass wir nie wieder aufhören. Ich habe mich glücklicherweise rauslaviert, ich habe ein kaputtes Knie. Und die anderen machen sich schön zum Ei. Und das kann ich euch versprechen, das wird richtig, richtig gut. Hallo, ich bin Katharina in der Rolle von Letizia Sander. Ich habe heute Geburtstag und feiere im No Limits. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was hier heute Abend so alles passiert. Ich schrifte gerade meine Wasserflasche, damit kein anderer daraus trinkt. Wobei ich vermute, dass hier in zwei Zügen eh leer ist. Aber gut. Ja, ich schau. Ja, ich schau. Die Eisrohren-Gruppe war nicht mehr dritter, ich kann das ausprobieren. Ihr wart. Das ist weit, dass wir jetzt nicht mehr dritter sein sollen. Dann áreas ich nicht mehr dritter.